Marcel Fratscher ist ein deutscher Ökonom. Er leitet seit 1. Februar 2013 das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und ist Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Davor war er seit 2008 Leiter der Abteilung International Policy Analysis bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Leben. Fratscher studierte an der Christian Albrechts Universität zu Kiel Ökonomie und legte hier 1992 ein Vordiplom ab. Im Anschluss führte er sein Studium an der Universität Oxford fort und erhielt dort 1994 mit seiner Arbeit Moral Philosophy and Political Philosophy, Intern Economics den Titel BA in Philosophy Politics and Economics. Den Master of Public Policy erlangte Marcel Fratscher 1996 an der Harvard University John F. Kennedy School of Government in Cambridge. Am European University Institute in Florenz erlangte Marcel Fratscher im Jahr 2002 den akademischen Grad PhD. Im Bereich Ökonomie. Während der Asienkrise 1997 zu 1998 arbeitete Marcel Fratscher als Makroökonom beim Harvard Institute for International Development in Jakarta, Indonesien. Als Berater unterstützte Fratscher hier die indonesische Regierung in Fragen der Wirtschaftspolitik während der Finanzkrise. Seit April 2001 arbeitet Fratscher für die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Zuerst als Senior Economist and Economist im Direktorat Volkswirtschaft und später als Advisor und Senior Advisor im Direktorat International. Seit 2008 leitet er die 24-köpfige Abteilung International Policy Analysis der Europäischen Zentralbank. Die Hauptaufgabe seiner Abteilung liegt in der Formulierung von Politikpositionen der Europäischen Zentralbank über internationale Themen in drei Bereichen. A. Globale Wirtschafts- und Finanzfragen, B. Länderspezifische und Regionale Themen in Asien und Lateinamerika und C. Die globale Finanzmarktarchitektur und seiner Institutionen. Vor seiner Tätigkeit bei der Europäischen Zentralbank arbeitete Marcel Fratscher beim Peterson Institute for International Economics in Washington, D.C., USA und bei der Weltbank 1996. Zuvor war er zudem für kürzere Perioden tätig bei Mwaniki Associates in Kenia und der Agent Development Bank auf den Philippinen. Zudem unterrichtet Marcel Fratscher International Finance im PHD, Programm der Goethe-Universität Frankfurt und ist seit Anfang 2013 an der Humboldt-Universität DIWS-Professor für Makroökonomie. Leistungen beim Handelsblatt Ökonomen Ranking 2011, dass die Forschungsleistung von ca. 1500 Ökonomen an der Qualität ihrer Publikationen seit 2007 ist, wird er auf dem vierten Platz geführt. Zudem erhielt er den Kiel-Institute Excel-Osservat in Global Economic Affairs in 2007 für seine Forschung über globale Finanzmarktverbindungen und Geldpolitik und den CEPR 2007 Preis for the Best Central Bank Research Paper für seine Arbeit über Finanzmarktblasen und globale Ungleichgewichte. Marcel Fratschers Forschung konzentriert sich zumeist auf angewandte Fragen der internationalen Makroökonomie, monetären Ökonomie und Finanzwissenschaft. Er forscht insbesondere zu der Frage, wie Notenbanken mit Märkten und Öffentlichkeit kommunizieren sollten sowie über die globalen Übertragungsmechanismen der globalen Finanzkrise von 2007 zu 2010. Sein neuestes Buch über die Ungleichheit wurde von der FAZ mit dem Argument kritisiert, Einkommensunterschiede seien nicht schädlich für die Gesellschaft. Veröffentlichungen The Global Transmission of Alle 2007 zu 2009 Financial Crisis in AGVAR Model European Economic Review Monetary Policy in the Media Journal of Money Credit and Banking Politics and Monetary Policy Review of Economics and Statistics How Successful is ADG 7 in Managing Exchange Aratus Journal of International Economics 79, 78 zu 88 September 2009 Convergence and Anchoring of Yield Curves in the Euro Area Review of Economics and Statistics What Explains Global Exchange Aratus Movements during the Financial Crisis Journal of International Money and Finance 28, 1390 zu 1407 Dezember 2009 Risk Sharing Finance and Institutions in International Portfolios Journal of Financial Economics 94, 428 zu 447 Dezember 2009 Stocks, Bonds, Money Markets and Exchange Aratus Measuring International Financial Transmission Journal of Applied Econometrics Dohina and Oil Exporters Influence Major Currency Configurations Journal of Comparative Economics 37, 335 zu 358 September 2009 Central Bank Communication and Monetary Policy A Survey of Invidence Journal of Economic Literature XLVI 910 zu 45 Dezember 2008 The Political Economy and the Monetary Union Es liegt nicht am Euro Zeitpunkt De 9 April 2013 Die Deutschlandillusion Warum wir unsere Wirtschaft überschätzen und Europa brauchen Karl Hansa Verlag München 2014 ISBN 9783446440340 Verteilungskampf Warum Deutschland immer ungleicher wird Karl Hansa Verlag München 2016 Wohlstand